Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von BAUSYGNATOR. Ja, ich bin heute mal allein unterwegs, da der Airboss verhindert ist, aber in der nächsten Folge ist Airboss wieder mit dabei. So, wir haben jetzt den Auftrag, zweimal Arminierungseisen zu holen. Und was machen wir jetzt? Wir müssen noch vorankommen an den BAU. BAUSYGNATOR 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 Und da haben wir befestigen. Und zurück zur Baustelle. Jetzt fahren wir gleich noch einmal. Ja. Ja. So, jeden Tag eine gute Tat. So, jeden Tag eine gute Tat. So, jeden Tag. Zum Aplan nehmen wir jetzt so den hier. So, jeden Tag. 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 So, und jetzt gucken wir hier nochmal. Vier große Dachpfannen. Welche Farbe? Grau. So, zweimal Isoliermaterial. Und zweimal Bitoum. So. Da müssen wir jetzt so gucken, dass er die irgendwie vernünftig verstaut bekommt. So. 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 Was ist das? Tischtel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020